Hallo, ich bin Angelika Bachmann und das hier ist meine Kollegin Marion Eder. Wir sind zusammen verantwortlich für die Klimabildung in der Energieagentur Ebersberg München. Das Ziel unserer Klimabildung für Schulen ist es, die Bildung motivierend und bedeutsam für die Schüler zu machen. Wir bieten unsere Lernmodule meistens in einer sogenannten Klimabox an. Darin sind alle Materialien und Unterlagen enthalten, die für die Durchführung von Klimabildung im Unterricht erforderlich sind. Wir ergänzen das Material durch eine digitale Präsentation, in die Links, Videos und auch Grafiken eingebettet sind. So glauben wir, dass unser Angebot gut handhabbar und an den Schulen leicht umsetzbar ist.